scherzen und spaßen das ist in einem geringen maß nichts verwerfliches genau wie salz im essen in einem geringen maß ist nicht verwerflich ist angenehm für das essen genauso auch in den gesprächen ist ein geringes maß an scherz und spaß angenehm aber wenn es zu viel wird dann ist es eine verwerfliche sache denn es reißt den reißt den ge entnimmt den gesprächen die ernsthaftigkeit daher ist es nicht es ist in keiner form der sunna wie es manche sich vorstellen bei der dawa in jedem gespräch bei jedem thema egal um was es geht egal wie ernst die sache ist jeder zweite satz ist ein witz oder etwas womit er versucht die menschen aufzuheitern und zum lachen zu bringen das ist nicht die dawa des propheten er ist nicht so umgegangen mit den menschen vielmehr sagt er zu ihnen würdet ihr wissen was ich weiß würde die nur wenig lachen und viel weinen jedenfalls ab und zu fliegt da auch der prophet zu spaßen und zu scherzen aber dennoch nur die wahrheit zu sein das richtige zu sein er sagte zu einem er sagte zu einer frau dass das ins paradies wird kein wird niemand gehen der greise ist einer zu einer alten frau sagte er das sprach sie damit an das betrübte sie anfänglich weil sie dachte sie ist davon betroffen aber im paradies wird niemand greise sein das meinte er er sagte zu einer frau ist dein mann nicht der der was weißes im auge hat jeder das weißes im auge und er sagte wir werden zu jemanden als er auf ein reittier brauchte um darauf zu transportiert zu werden befördert zu werden er sagte wir werden dich auf dem kind eines kamels setzen und wenn man wenn man das so sagt denken und kleines ding und erwachsener man kann nicht darauf sitzen aber jedes kamel ist das kind eines anderen kamels sei das meint er dann also spaß und scherz des propheten soll das sind beinhaltete drei eigenschaften nummer eins das war immer die wahrheit er hat nicht gelogen dabei nummer zwei das war meistens mit frauen und kindern die sowas mehr brauchen als erwachsene männer oder mit schwächeren männern hat er das manchmal gemacht drittens dass es selten war es war selten das war dein du hast es geleniht der du